Willkommen zu einem neuen Pitchfrog Tutorial. Diesmal soll es um Haare gehen, die wir mit Partikelsystemen erstellen. Als erstes lösche ich mal den Cube und schreibe mal die Screencast Keys wieder ein. Und mit Shift und A füge ich hier unter Mesh mal unseren Monkey ein, unseren Monkey Head, unseren Affenkopf. Und dort werde ich jetzt Haare draufsetzen. Dann gehe ich zuerst mit ausgewählten Affen in die Partikel rein und auf das Plus und gehe jetzt hier auf Hair. Und da kommen jetzt ja überall so haareähnliche Sachen aus. Und als allererstes werde ich mal die Haarlänge, wir haben hier die Hairlängs, 4 Meter. Werde ich mal etwas runter setzen. Nicht wundern, ich lasse das jetzt trotzdem bei 1 Meter, also 1,22 Meter. Denn dieser Affenkopf ist ja auch fast 2 Meter groß. Also in Wirklichkeit müsste ich den jetzt noch runter skalieren. Aber das lasse ich mal. So und ich möchte diese Haare für Cycles erstellen. Deswegen gehe ich hier auf dieses Kamerasymbol und stelle von Eevee auf Cycles. Und hier schalte ich schon mal von CPU auf GPU. Und jetzt gehe ich wieder in die Partikeleinstellung. Und was wir als erstes machen wollen, sind Children hinzufügen. Also relativ wenig Haare. Und gehe ich mal auf Children und Interpolated. Und da kommen jetzt hier ziemlich viele Haare raus. Das Problem ist, dass die Haare jetzt überall rauskommen. Und da gehe ich jetzt nochmal in den Edit-Modus mit der Tabulator-Taste. Und dann wähle ich alles ab mit Doppel-A. Und drücke die, gehe hier in den Flächenauswahl-Modus oder die 3 drücken. Und dann in den Circle-Select-Modus, also C. Und wähle hier die Flächen aus, die später aus den Haare rauskommen sollen. Und die wähle ich jetzt aus. Und genau. Also hier sollen auch noch Haare rauskommen. Was sagen wir mal hier auch noch. So, und jetzt drücke ich STRG und G. Assign to new group. Da erstelle ich eine Vertex-Group. Und haben wir jetzt diesen Mesh eine Vertex-Group hinzugefügt. Gehe wieder, drücke wieder auf die Tabulator-Taste. Und jetzt müssen wir im Partikel-System der Vertex-Group nach die Haare zuweisen. Das geht, indem wir runter scrollen und dann auf Vertex-Groups gehen. Das öffne ich mal. Und hier bei Density, da schalte ich jetzt diese Group ein. Und jetzt kommen nur noch hier oben Haare raus. So, das Erste, was mir jetzt auffällt, die sind durch diese Children-Partikel sehr gleich verteilt. Und da gehe ich hier bei Children auf die Roughness und gebe hier einen Random-Wert ein. So, dass sie zufällig verteilter werden. Genau. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe in den Partikel-Edit-Modus und kann jetzt die Haare kennen. Jetzt werden mir nur noch diese originalen Elternteile angezeigt. Wenn ihr einen relativ schnellen Rechner habt, dann könnt ihr auch hier oben, Options und dann Children, die Children wieder einstellen. Und dann könnt ihr hier die Haare mit diesem Symbol Cam. Mit F kann man diesen... Mit F kann man diesen Pinsel größer machen. Und diesen Cam. Und kann man jetzt hier die Haare Cam. Und dann gibt es weitere Optionen. Smooth, da werden die ein bisschen so weichgezogen. Dann haben wir noch Add. Da kann ich an Stellen, wo zu wenig Haare sind, weitere Haare hinzufügen. Hier oben zum Beispiel. Mit der Length kann ich die Haarlänge verändern. Die kann ich jetzt wieder kämmen. Cut ist noch wichtig. Damit kann ich wie mit einer Schere die Haare abschneiden. Und die Gewichtung ist erst mal nicht so wichtig. Gehen wir noch mal auf den Cam. Cam die Haare etwas. Als nächstes stelle ich mal unser Light Setup ein. Weil wir das jetzt rendern wollen. Gehe jetzt also User Objekt Mode Und gehe mal hier in den geänderten Modus. Nehme diese Lampe. Gehe hier auf dieses Symbol. Damit ich das hier anfassen kann. Und schiebe mal die Lampe hier hin. Und dieser Lampe, den gebe ich jetzt hier unter den Lampeneinstellungen. Ein leicht gelbliches Licht. Mit Shift und D Kopiere ich die Lampe. Bewege sie und gebe dann ein blaues Licht. Jetzt eine etwas interessantere Beleuchtung. Und jetzt richte ich noch die Kamera aus. Drücke auf die Null. Mit links klick die Kamera auswählen. Mit G die Kamera bewegen. Mit Shift und Ö kann man die Kamera hier so frei bewegen. Und dann wieder G. Und mit Shift und Ö wieder. Und mit W etwas näher ran. Mit G wieder etwas bewegen. Und da haben wir jetzt unseren Affen hier in der Kameraperspektive. Was mir als weiterer an auffällt, ist, dass die Haare relativ dick sind. Und da gehe ich mal wieder. Ich stelle den Affe aus mit links. Gehe in die Partikel. Und scrolle ziemlich weit nach unten. Und da kommt dann hier Hair Shape. Und ich kann jetzt hier diese. Die Haarticke einstellen. Da haben wir hier Ratus. Da haben wir hier Ratus Rut. Und Ratus Tip. Rut ist die Wurzel. Einen Meter. Da gehe ich mal ein bisschen runter. Da gehen wir mal auf 0,8. Und Tipp mache ich etwas größer. 0,3, 0,5, 0,6. Das ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir noch bedenken, dass wir hier die Children eingestellt haben. Und zu den Children gibt es noch etwas zu sagen. Nämlich, dass wir hier bei Display Amount 110 haben. Und wir haben ja hier oben 1000 Haare. Also mal 10. Das sind jetzt hier 10.000 Haare, die angezeigt werden. Wenn wir das Ganze rendern, wird es mal 100 genommen. Das heißt, da werden 100.000 Haare angezeigt. So, ich bin ja hier schon im gerätertem Modus. Und wir gehen nochmal auf diesen Affe. Mache Shade Smooth. Also links klick und Shade Smooth. Und dann gehe ich auf das Material. Und erstelle ein neues Material. Das ist jetzt unser Monkey. Der bekommt so eine leichte Hautfarbe. Und wir erstellen ein weiteres Material. Also gehe ich mal hier auf dieses Plus. Und New. Und das nenne ich Hair. Oder Haare, wie auch immer. Und gehe jetzt in das Shading rein. Und schalte hier wieder in den geänderten Modus. Drücke auf die 0 für die Kameraperspektive. Und da haben wir jetzt hier unser Hair. Und wir haben ja hier unseren Principled Shader. Den wähle ich mal aus. Und mit X kann ich den direkt löschen. Und mit Shift und A füge ich hier unter Shader einen neuen Shader ein. Nämlich Principled Hair BSDF. Und verbinde den Shader mit Surface. Und jetzt muss ich den Haaren natürlich noch das Material zuweisen. Das geht unter Render. Und dann Material. Das Hair Material einstellen. Das Haarmaterial. Wir haben jetzt hier diese Farbe. Wir haben jetzt hier einmal die Direct Coloring. Hier kann ich also jetzt Farben einstellen. Blau, Grün ist alles möglich. Größere Helligkeit. Oder ich stelle hier um. Auf Melanin Konzentration. Melanin, das ist der Farbstoff in der Haut oder in den Haaren. Bei der Erkrankung Albino wird dieser Farbstoff oder kann dieser Farbstoff nicht hergestellt werden. Und deswegen sieht das Ganze dann immer die Haut oder die Haare sehr weiß aus. Ich glaube Melanin kommt von Melos oder irgend sowas in Altgriechisch, was so viel wie Schwarz bedeutet. Da haben wir auch die Melanin, die Schwarze. Und kann jetzt hier die Melanin Konzentration einstellen. Man kann das jetzt ganz auf 1 stellen. Dann haben wir schwarze Haare. Oder auf 0. Das sind weiße Haare. Und so ein etwas kleinerer Wert. Hier kommen wir in den Bereich Blond. Dann haben wir noch die Melanin Redness. Also den roten Farbton. Den kann ich hier rausnehmen. Und kann hier verschiedene Brauen einstellen. In die Richtung geht es Blond. Und kann hier zum Beispiel noch die Roughness einstellen. Also wie stark die Haare glänzen sollen. Jetzt glänzen sie überhaupt nicht. Wenn ich die Roughness runterstelle, haben wir hier so einen ganz starken Glanz. Ich stelle es mal wieder höher. So jetzt gehe ich in das Layout. Und rendere mal mit F12 ein Bild. So jetzt haben wir hier unser fertig gerendertes Bild. Von unseren Monkey. Und das sind jetzt unsere Haare. Kann man sicherlich noch einiges verbessern. Also man kann noch an der Haardicke ändern. Also mit Hair Shape kann man hier noch ein bisschen was anpassen. Und natürlich kann man die Frisur auch noch ein bisschen schöner gestalten. Aber das ist so das Prinzip von Haaren. Und das soll es für dieses Video erst mal gewesen sein. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es ein nächstes Video gibt. Pitch Frog. Pitch Frog.